Hallo, hier ein paar Übungen für den Oberkörper, Schulter, Schulterblätter, Schultergürtel, schräge Bauchmuskulatur. Aus, 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 Aus Das Becken, ruhig, der Rücken neutral, ausatmen, wenn wir die Arme bzw. die Unterarme nach außen führen, einatmen, wenn wir zurück in die Mitte kommen. 4, 3, 2, 3, so dass du mich besser siehst, 1, und wir bleiben kurz nach außen, 8, 7, 6, 5, Schulter tief halten, 3, 2, 1, und locker lassen. Sehr gut. Gut. Jetzt strecken wir die Arme lang. Das kommt aus dem Pilates, Spine Twist, einatmen, ausatmen, schön. Einatmen, ausatmen, einatmen und ausatmen. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Einatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, einatmen, ausatmen und beim Einatmen kommen wir zurück in die Mitte. Wunderbar. Wunderbar. Und schön die Arme nach oben strecken, Schulter hier. Okay. Einatmen, ausatmen, schön die Arme lang strecken, nach hinten kommen. Einatmen, ausatmen, einatmen und ausatmen. Einatmen, und ausatmen. Einatmen, und ausatmen. Ich drehe mich. Einatmen. Ausatmen. Und macht mir Platz. Ausatmen. Einatmen. Und aus. Und ein. Und aus. Und ein. Und aus. Und ein. Wir loslassen. Aus. Und ein. Wenn das mit dem Ball zu viel wird, dann mach das einfach ohne. Aus. Ein. Letzte vier. Drei. Zwei. Eine letzte wiederholen. Und. Wunderbar. Gut. Jetzt Sperraband unter dem dritten Grund. Ausgangsposition. Die Arme bleiben schön lang. Und Endposition. Schließen wir die Arme nach vorne. Und ein. Und aus. Und ein. Und aus. Und ein. Und aus. Die Schulter bleiben tief. Ein. Und öffnen. Schließen. Und öffnen. Und schließen. Und öffnen. Schließen. Und öffnen. Schließen. Und öffnen. Drei. 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 Zwei. Ein. Jetzt ist mal eins. Und öffnen. Und öffnen. Schließen. Wunderbar. Jetzt nochmal die Arme. So. Wir binden den V. Mit den Armen. Ein kleines bisschen nach vorne kommen. Halt den Rücken lang. Und schön. Ellbogen. Richtung Schulterblätter. Ziehen. Ein. Aus. 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 Aus, aus, ein, aus, letzte vier, einatmen, strecken, drei, zwei, ein letztes Mal und kurz, 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 acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und lösen. Okay, hier das Band um die Füße herum, deine Beine bleiben ungefähr in der Füßbreite, okay, das Band überkreuzen, schön die Schulter tief und dann ziehen wir das Bein nach rechts und rotieren wir leicht, Trumpf und nach links und rechts und links und rechts und links und rechts. Und vier Stück noch, ausatmen, einatmen, der Rücken bleibt lang, die Schulter bleibt tief, der Kopf, die Verlängerung der Wirbelsäule. Ein letztes Mal und wunderbar, ich ende, letzte Übung und dann sind wir fertig. Du hältst das Band hier an der Schulterhöhe fest und ziehst das Band nach unten, schön die Arme nach unten strecken und lösen. Und zwei, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, und sechs, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und lösen. Schön, schön die Schulter, locker lassen, schön Handgelenk rotieren, zieh dich rechts, nach links, rechts, nach links, schön nach vorne, schön nach oben. Und das war's. Und das war's. Dankeschön. 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 Dankeschön.